Herzlich willkommen bei diesem Star Citizen Quick-Tipp. Es geht um die Benutzung von Schaltflächen. Ja, wir sind hier in Star Citizen und ich zeige euch, wie man Schaltflächen effektiv und schnell benutzen kann. Natürlich können wir alle F-Drücken, Halten, mit dem Mauscursor darüber gehen und entsprechend klicken. Das ist eine Möglichkeit. So, jetzt stehen wir hier hinten und wir möchten gerne zu einem bestimmten Hangar. Das heißt, wir fiddeln hier jetzt rum und scrollen und wenn wir dann das Mausrad nach vorne, um wieder hoch zu scrollen, dann wird es groß und klein. Das können wir uns alles schenken. F-Drücken, Halten, mittlere Maustaste auf das Display. Und schon können wir uns hier rumbewegen und scrollen, wie wir möchten, ohne dass sich das Ganze groß und klein verschiebt. Wo muss ich eigentlich hin? Äh, Hangar 9. Zack. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei diesen Schaltflächen. Hier ist Open Door. Und Klick. Wobei man jetzt diskutieren kann, ob es da sinnvoll ist oder nicht. Auch bei Stühlen. Und natürlich, und da ist es nochmal besonders wichtig, funktioniert das auch bei den Displays. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel runterscrollen möchte, funktioniert das hier relativ gut. Aber sobald ich wieder hochscrolle, verschiebt sich alles und hier hin und her und vor und zurück. Einfach F drücken. Drauf. Mittlere Maustaste. Und schon kann ich hier wunderbar hoch und runter scrollen. Probieren wir es nochmal auf einem anderen Panel aus. Hier zum Beispiel. Zack. Menü. Umschalten auf die Weapons. Power. Auf die Items. Und scrollen. Schaut auch bei den weiteren Quicktipps rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Bye.